Und wir haben lange darum gekämpft, dieses Mittel, diese Öffnungsklausel zu bekommen. Das war nicht einfach und die Bürokratie in diesem Fall hat lange Argumente aufgebracht, um das zu verhindern. Ich bin sehr froh, dass es uns damals schon gelungen ist, dem jungen Mann und jetzt auch der jungen Frau zu sagen, ihr habt eine Art Probezeit und wenn es euch nicht gefällt, dann geht ihr. Vor allen Dingen auch im Hintergrund von dem, was Sie gesagt haben, dass das Risiko natürlich größer ist. Und natürlich entwickelt man auch andere Vorstellungen. Das klingt ja wie nach einem normalen Beruf. Ist aber keiner. Nein, aber gerade weil es kein normaler Beruf ist, muss es nicht nur einen Weg reingeben, sondern es muss auch einen anständigen Weg für einen jungen Mann und eine junge Frau, wenn sie eine falsche Entscheidung getroffen hat, rauszugehen. Und ich halte diese Quote für sehr wichtig, weil sie eben auch aufzeigt, dass der ein oder andere eine falsche Entscheidung getroffen hat, aus welchen Gründen auch immer. Und da dürfen keine bürokratischen Hürden sein, die dann einen rausgehen, wieder verhindern. Gerade weil die Risiken heute so sind, wie Sie sie beschrieben haben.